Dreifacher Lauf Dreifacher Lauf Wir haben schon ein paar Runden gemacht Wir haben mal ein bisschen geübt dass wir nicht so schlecht sind Und ich habe gerade ein Spinjitzu-Auer gemacht Doch leider habe ich nichts Ich habe gerade 15 Punkte bekommen Ich klatsche Klatsche und klatsche PD-Modus Wow Du hast ein Heißloch gebrochen Hä? Fast, fast Fast, fast Äh, wann ist echt schon 3 Runden? Wann ist echt schon 3 Runden? Ja Ich habe nur 2 gezählt Wo das warst du? Genau Welches Zimmer sollen wir schlafen unten oder oben? Noch eine Runde Soll ich unten oder oben schlafen Wie meinst du unten oder oben? Weil ich meine auf dem Sofa schlafen Ich werde besser Ohne schlafen Wollen wir? Dann sind wir in einem Bett im Haar und es ist ganz gut schlafen Ja Aber da unten, ohne Deckel, kalt Nein, wir können auf dem Sofa mit Deckel schlafen und so Dann können wir auch noch Sofa mit Deckel Hm, der kommt besser als er Oh, dann kann er noch plasten Ja, das geht Hoffentlich Wir müssen jetzt gewinnen, dann kriegen wir den mit der Mopskarte Ich glaube ja nicht Ich habe nichts gemacht Ich habe nichts gemacht Ich habe nichts gemacht Tja, alle haben Faul Ha, alle haben Faul Das ist gut Was? Schienen zu Ende? Was? Wie doof Wir haben keine Hey, Unentschieden Ja, alle haben Null bekommen Also das bedeutet, wir haben ein Feld Wey, wir haben ein X bekommen Wir haben verloren Hey, du bist wie Hey, du bist liebter Ich bin sechster Oh, der ist einer, den wir noch nicht kennen Oh, wer bist du? Nein Cool Hä, was war das? Wir machen weiter Aber erst gehen wir Gehen wir rum und kaufen was im Kiosk Das ist so cool Beim Rioladen Ja Das kostet ganz schön viel Geld Oder warum? Oh, dafür kriegt man Oh, ein Helm Oh, ein Fernseher Oh, ein Fernseher Reiteranzug Oh Verrückes Super Ah Ich Ein Riolzeichen Oh, cool Cool Ja, geht jetzt was Ein Finder Dann lassen wir Wir machen es einmal noch für die Fahrer Den kostet ja nicht so viel Wir haben ja schon Was? Wo das? Wo kann man nur einen Wörfel? Ich bin nicht angeschlossen Uh, passt das schon? Nein, noch nicht Sorry Hey Mario Hey Mario Anzug Du bist ein Kiegel Uah Das Da Da Wir sollten zu das Wir sollten zu die Mario & Sonny Statue Dann bekommen wir das Wir müssen zu Mario & Sonny Ein Japan Zeichen Ein Japan Zeichen Magst du Japan? Ein bisschen schon Wenn sie kämpfen Nein Oh, der hat auch den Klauen gut Italien Hey, das ist ein Baumer Italien Hast du hier noch nicht? Aber ich habe eine Frage Warum Hat der Helm etwas bekommen jetzt? Ich weiß nicht Ich glaube eine Bonusmitte Und was soll ich sagen? Hey Ich möchte Mario & Sonny Ich möchte Mario & Sonny Aber es hat schon wieder Sie ist hier wie letztes Mal Man kann ja noch Was ist jetzt? Wir machen Weitwerfen Ich entscheide nicht Spiele Aber sorry Ich glaube Ich nehme mal jemanden ganz oben Bitte Jeder Wie ist die Mädchen? Ich habe Ich habe Ich habe Hattest du Donkey Kong? Ich möchte nicht Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong ist sehr gut dafür Aber Dwayne ist gut in Zielen Hoho Du ihn und du ihn schneller Das man füllt Wir wollen wir für dich Wir haben So Damit du besser Zielen kannst Du hast ganz schön viel Aber ich habe dich überholt Nein Ich muss gewinnen Warum? Du siehst uns Das ist mein Lieblingsspiel Und sonst wirst du immer gewinnen Geil Ist mir egal Wuuu Tum Weitwerfen So bist du so gut Weiß nicht Ich habe mich schon wieder überholt Wenn ich jetzt gewinne Habe ich dann gewonnen Wenn du erst 70 hast Dann hast du mich überholt 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 Oh K03 Dann habe ich doch Oh Oh Na ganz toll Jetzt ist meine Figur So wie immer So wie immer Wie immer Ich weiß nicht was jetzt passiert Wenn das irgendwas groß ist Reicht das? 3-4-4? Ok. Krieg ich die irgendwann wieder? Nein, krieg ich nicht. Oh oh, Fußball. Ich mag nicht Fußball. Ich nehm mal Waduigi. Wenn ich jetzt verliere, bin ich gleicher. Hab ich nur noch eine Figur. Wenn ich einen doofen Blitz. Zweifel. Das macht Sonic. Aber ich hasse Fußball. Also lasse ich dich gewinnen. Aber kein einziges Tor. Stammt und Fleisch. Lass ich dich auch nicht gewinnen. Ich entscheide noch. Ich lasse dich gewinnen. Ich mach nichts. Doch. Ich wollte, dass du ein Schiff bekommst. Das Tor. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Passt zu mir. Passt. Oh, ich kann nicht zu dir passen. Ich geh mal ins Aus. Also ich kann zu dir passen. So. So. Mal gehen schneller. Das ist der doofe Torwart. Ich mach das doch nicht. Weiß ich. Ich mach das doch nicht. Schießs aus. Mach mal nicht. Ich mach mich in mein Haus. Warum kriegst du was? Weil du Dummo bist. Oh. Gehts? Ich kann nicht. Schießt jetzt aus einfach immer. Okay. Warte. Schießt einfach immer ins Haus. Oh, ich hab ein Schmiede abgeballert. Hey. Oh, ich mag das nicht. Schießt jetzt aus. Da ist die Zeit. Oh. Ecke. Ecke. Schießt schon wieder aus. Wie viele mal noch aus? Okay, und? Ich hab nichts gedrückt. Und das ist gut. Oh, oh, Elfmeter. Bewick dich nicht, bewick dich nicht. Nein. Musst du nicht? Wow. Ja. Jetzt sprich aber im Ernst. Nein, bitte nicht. Du hast bestimmt deine Chance. Nein. Du hattest meistens den Ball. Ich hab ja auch die ganze Zeit die Ecke geschossen. Sorry. Oh, das ist unfilpft. Das meint Robert so schlecht. Bitte nicht mich faulen oder so. Wenn die Zeit ist um. Ähm. Julius, lass einfach gleich an. Dann haben wir doch beide gewonnen. Ja, stimmt. Das heißt, wir kicken jetzt nur hin und her mit passen. Okay? Ja. Nur hin und her kicken. Und? Und? Ähm. Da-da. Kannst doch ruhig zu mir passen. Nö. Ich kann nicht zu Menschen passen. Ich kann nicht zu deinen Figuren passen. Hey, du hast gesagt. Nein. Ich schieß ja kein Tor. Wenn du fühlst, dann bin ich nicht. Ich passe nur. Du darfst aber auch kein Schießen. Du. Verstanden. Du. Ah. Ja, gut. Ich hab's nicht angebracht. Warte. Und? Super. Pass. So einfach. Immer nur eins. Ich will... Ah. So viele Blödesfiguren. Pass. Pass. Pass hier. Wir müssen nicht im Klima arbeiten. Oh, ja. Pass. Kani. Oh, es war ein Kani. Oh, oh. Du musst ein bisschen zusammeln. Pass hier. Oh mein Gott. Ja. Nimm ja den Ball weg. Ich geh einfach nur raus. Das Ball. Ich geh einfach nur raus. Das ist nicht zu mir. Was? Autsch. Ika. Nicht ein Tor schießen. Wuuu. Autsch. 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 Du wolltest das ja nicht schon anfangen, eigentlich. Ich schiebe immer aus. Ich weiß auch nicht warum. Wir schießen nicht aus, wenn du wirklich mal... Du hast gesagt, Larry! Du hast mich angenommen. Mir ist langsam langweilig. Warum? Das war faul! Oh ja, jetzt ist der Elfmeterschiss. Und jetzt ist eigentlich bei dir Elfmeterschiss. Kann ich auch. Ich möchte meinen Torwart aufsetzen. Nö, nö. Ich wechsle meinen zur Attacken. Ich sterbe. Meine Attacken... Ich kann Elfmeterschiss. Ja, zweite Extraspielzeit. Faul, faul. Du hast mich eher gefoult. Julius, du hast gesagt, ohne. Wenn das jetzt... Ist ja ungefähr der Torwart. Ja, du? Weil du es nicht ungefähr... Faul! Tja! Locker! Das kriegst du! Was nängst du denn? guess... Und du willst noch die Torwart auf den Ort? Wo ist denn? Wohu! Mann, das ist ja wahr! Wohu! 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 Geh! Wohu! 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 Nein, bitte nicht. Jetzt verspricht du noch die Dünse. Genieß es, Mordeng.